Musik Hallo liebe Sportfreunde, in der zweiten Folge des Ringeimaleins machen wir das Reglement für den Mannschaftskampf zum Thema. Wir erklären euch, wie die Punkte vergeben werden und wer teilnahmeberechtigt ist. Zuerst aber das Grundlegende. Ein Mannschaftskampf besteht aus 14 Einzelkämpfen. Sieben im freien Stil und sieben im griechischen Räumisch Stil. Verteilt sind die 14 Kämpfe jeweils auf sieben Gewichtsklassen. Erlaubt ist auch, wenn ein Ringer in beiden Stilarten antritt. Schon bei der Abwaage, eine Stunde vor Kampfbeginn, muss der Trainer die Ausstellung für den ersten Durchgang mit sieben Kämpfen einer Stilart abgeben. In der Pause danach die Ausstellung für die restlichen Paarungen. Für zwei der 14 Paarungen müssen mindestens zwei Junioren ausgeboten werden, egal in welcher Stilart. Hingegen ist die Nennung von Legionären beschränkt und entsprechend der Platzierung aus dem Feuer genau reglementiert. Etwas Besonderes ist die Vergabe der Mannschaftspunkte bei Mannschaftsringen. Je nach Verlauf des Kampfes werden drei bis fünf Mannschaftspunkte verteilt. Ein Kampf geht grundsätzlich über zwei Runden zu jeweils drei Minuten. Ein Schultersieg jedoch beendet die Begegnung sofort. Ein Schultersieg ist, wenn der Gegner auf beiden Schultenblättern zu liegen kommt. Erkämpft sich ein Ringer einen Vorsprung von elf Wertungspunkten, wird ebenfalls vorzeitig abgebrochen. Genauso, wenn ein Ringer disqualifiziert wird oder vorzeitig aufgibt. 4 zu 0 Punkte bekommt eine Mannschaft zugesprochen. Für einen Schultersieg. Für ein vorzeitiges Ende wegen technischer Überlegenheit ohne Wertung für den Gegner. Bei Aufgabe auch wegen einer Verletzung. Bei Disqualifikation zum Beispiel nach der dritten Verwarnung. Bei Nichtantreten des Gegners. 4 zu 1 Punkte bei einem Sieg wegen technischer Überlegenheit bei einer Wertung für den Gegner. 3 zu 0 Punkte bei einem Sieg über zwei volle Runden ohne eine Wertung für den Gegner. 3 zu 1 Punkte bei einem Sieg über volle Kampfdauer mit einer gegnerischen Wertung. Der Sieger des Abends ist jenes Team, das am Ende die meisten Mannschaftspunkte gesammelt hat. Das Besondere bei diesem Punkteschlüssel ist, dass ein Ringer trotz Niederlage zu einem positiven Mannschaftsendergebnis beitragen kann. Das sorgt für viel Spannung. Hallo, ich bin Martina Kruenz. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Ciel und bin Ringerin beim RSC Insing. Ja, sehr exotisch in Österreich, ich trainiere zur Zeit mehr mit Männern als mit Frauen, also ich bin so ziemlich ein Einfrauteam, wenn ich international auf Wettkämpfe fahre. Ich profitiere aber sehr im Training, wenn ich mit den Männern trainiere, sie sind stärker wie schneller wie technisch auch sehr gut, aber davon werde ich abgehärtet und man kann dann im Wettkampf eigentlich keine Frau mehr so extrem überraschen. Vorher waren wir wirklich eine große Frauengruppe und sie haben sich jetzt umentschieden, Arbeit, Studium und viele haben einfach die Motivation verloren. Ringen ist einfach sehr trainingsintensiv und eine richtig harte Sportart und das ist aber genau das, was mir so gut gefällt am Ringen und deswegen habe ich eigentlich auch noch nie daran gezweifelt, ob ich jetzt aufhöre oder ob ich weitermache, ob Verletzung, ob Höhepunkt, Tiefpunkt, das ist für mich immer ganz klar weitermachen und meine Ziele verfolgen. Ich bin seit 2009 im Nationalteam und bin da zu meiner ersten Europameisterschaft gefahren und meine größten Erfolge haben dann gleich 2010 angefangen. Da habe ich bei der Jugend-Olympia-Qualifikation teilgenommen, dort habe ich den zweiten Platz gemacht und habe mich somit für Singapur qualifiziert und dort haben eben die ersten Jugend-Olympischen Spiele stattgefunden. Danach, 2011, war ich bei der Krediten-Europameisterschaft, da habe ich keinen Silber erringen und ziemlich bald drauf, einen Monat später, war ich bei der Weltmeisterschaft, bei der Krediten-Weltmeisterschaft und da ist es sich noch bald herausgekommen. Danach bin ich in den Union-Bereich gekommen, dort habe ich ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, ich war viel verletzt, habe aber immer wieder den Weg zurückgefunden und habe mich zurückgekämpft und schließlich ist dann 2016 gekommen, bin dann zur U23-Europameisterschaft gefahren und habe da gewonnen. Mein größtes Ziel sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Weg ist kein einfacher. Es sind jedes Jahr Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Es stehen noch viele Trainings vor mir. Ich muss schneller werden, stärker werden, technisch mich verbessern. Das Frauenringen entwickelt sich enorm. Es wird die Teilnehmerzahlen bei den Großereignissen werden immer mehr. Generell in den ganzen Ländern merkt man, wie das Frauenringen boomt. Seit 2004 ist es Olympisch und man merkt von Jahr zu Jahr einfach, wie es sich entwickelt. Und ich würde mir wünschen, in Österreich wird es sich auch entwickeln und generell der Nachwuchs ein bisschen mehr kommen, also die Mädels. Und ganz klar, mein Ziel ist Olympia 2020, Tokio. Was danach kommt, schauen wir weiter. Vielleicht geht sich noch ein Zyklus aus, aber jetzt ist voller Fokus für Tokio. Herr Präsident, seit 2010 geht ein spürbarer Ruck durch den Ringsportverband. Man darf wieder Medaillen feiern und das in allen Altersklassen. Was ist passiert? Was ist geschehen? Ja, ich glaube, wir haben also seit dem Jahr 2010 mit einem tollen Team, einerseits im Verband, aber auch natürlich in den Landesverbänden und in den Vereinen, ein gemeinsames Ziel, nämlich vom Nachwuchs bis zu den Spitzenathleten unsere Ringe voranzubringen, gemeinsam daran festgearbeitet. Und ich glaube, es zeigen sich jetzt schon die ersten Erfolge mit den engagierten Athleten, Trainern und Mitarbeitern. Wie muss ein Fachverband einer olympischen Sportart aufgestellt sein, damit es eben zu solchen Erfolgen kommen kann? Ich glaube, es ist wichtig, hier die richtige Mischung zu finden. Einerseits aus der Erfahrung der ehemaligen Ringer, der Trainer, die wir haben, aber auch etwas frisches Blut hinzuzubringen, wie wir zum Beispiel mit einem sehr erfolgreichen Sportdirektor aus Deutschland, mit dem Heinz Ostermann gemacht haben. Also hier eine gute Mischung zu finden und hier natürlich langfristig zu planen, also wirklich vom Nachwuchs in allen Bundesländern bis zu den Spitzenathleten. Herr Präsident, Topping begleitet uns im Spitzensport täglich. Was tut der österreichische Ringssportverband dagegen? Also einerseits ist es ganz klar, dass die Athleten natürlich ganz klare Vorgaben haben. Es gibt ja laufende Kontrollen auf Trainingslagern, international, national und wir haben mit den Toppingagenturen engste Zusammenarbeit und wir sind sehr froh, dass wir hier auf einem guten Weg sind und dass es im Ringssport bei uns keine Probleme bis jetzt gegeben hat. Sie persönlich sind ja in der Outlet Shopping Branche tätig. Wie kommen Sie zum Ringssport und sogar zum Verbandspräsidenten? Ja, das hat sich damals ergeben durch das Outlet Center hier in Salzburg, wo ich schon die ersten Kontakte zum AC Walz geknüpft habe. Aber ich mich begeistert halt der Enthusiasmus dieser, einer der ältesten und traditionellsten Sportarten der Welt. Und ich glaube, wie man sieht, auch mit tollem Engagement kann man viel erreichen, auch in einem kleinen Verband, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und gemeinsam hohe Ziele verfolgt. Der Ringssportverband oder der Ringssport selbst wird eher als Randsportart bezeichnet. Gefällt Ihnen das? Ich glaube, es ist eine der ursprünglichsten Sportarten, nämlich der Kampf Mann gegen Mann. Und natürlich ist es so, dass die meisten Sportarten, ich sage jetzt in Österreich oder in Europa, neben Fußball oder vielleicht in Österreich beim Skifahren, alle als Randsportarten bezeichnet werden. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ausdruck ist. Ich glaube, es sind halt Sportarten, die nicht von so vielen Athleten ausgeübt werden. Weil wir sehen bei Finalkämpfen zweieinhalb, dreitausend Zuschauer. Also ich glaube nicht, dass wir hier eine Randsportart sind, sondern eine Sportart, die auch in den Ländern, Gemeinden und Städten vorhanden ist. Ich glaube, es gibt kaum einen Verbandspräsidenten, der keine Ziele für seinen Verband hätte. Können Sie Ihre uns verraten? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also wir haben jetzt wirklich in den verschiedensten Bundesländern, nicht nur in Vorarlberg und Wals, wie vielleicht in der Vergangenheit, sondern wirklich wir sind breiter aufgestellt. Wir sind auf einem richtigen Weg. Wie man sieht, vom Nachwuchs gibt es Medaillen bis zu den klassischen Athleten. Also ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg und das wollen wir weiterführen und natürlich auch noch mehr Kinder und Jugendliche zum Ringsport heranzuführen. Dritte Runde der Playoff-Kämpfe in der Springwater Bundesliga 2016. RSC Inzing gegen KSV Götzis. Ein Duell auf Augenhöhe. Wahrscheinlich nicht um den Einzug ins Finale, sondern um Rang 3 der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft. Für RSC Inzing ist die Bestätigung der Bronze-Medaille aus dem Vorjahr das erklärte Saisonziel. Zugleich aber auch ein Beleg für die gute Trainingsarbeit im Verein. Es zeigt insbesondere die Tatsache, dass wir ja bei allen Vereins-Cups in Österreich unter den Top 3 sind. Und nicht zuletzt haben wir die Zahl 3, glaube ich, ein bisschen magisch höher. Wir haben als einziger Verein drei Medaillen erringen können und zwar in verschiedenen Bereichen. Die Martina Kuhens hat auf der U23-EM eine Medaille geholt. Der Michael Wagner vor einer Woche bei den Polizeieupameisterschaften eine Bronze-Medaille. Und heute, last but not least, unser Daniel Gastel hat der Studenten-Weltmeisterschafts-Silver geholt. Er fehlt uns zwar heute, aber so muss ich sagen, wir haben drei Medaillen. Welcher Verein kann so eine Breite vorweisen wie wir? Einer der drei Inzinger Medaillengewinner ist auch bei diesem Playoff-Kampf zu sehen. Und das sogar zweimal gegen den Vorarlberger Allrounder Elias Pajancic. Ja, ich bin der Wagner-Michel. Ich kämpfe bis 88 Kilo, international bis 80 Kilo. Meine größten Erfolge sind Polizei, dritter Platz bei der Polizeieupameisterschaft, 16. bei der Weltmeisterschaft und 5. bei der U18-Europameisterschaft. Und ich habe 2000 mit dem Ringen begonnen. Michael Wagner hier im roten Trikot ist zudem ÖRSV Kaderringer und einer der Hoffnungen für Tokio 2020. Entsprechend intensiv geht er im freien Stil und später auch im griechisch-römisch Bewerb ans Werk. Elias Pajancic hat an diesem Abend nicht den Funken einer Chance. In beiden Kämpfen heißt der Sieger Michael Wagner durch technische Überlegenheit. Das Publikum ist sich einig, das war einem Europameisterschaftstritten würdig. Ja, also ich bin sehr froh über den Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es schon bei der ersten Polizeieupameisterschaft so gut laufen wird. Es war ein relativ starkes Turnier, also es waren einige in der Gewichtsklasse bei mir drin, die international Spitzenleute sind. Angefangen von einem Nachwuchs-Europameister bis hin zu EM und WM oder Olympiateilnehmer sogar. Und durch das hat es schon einen relativ hohen Stellenwert. Natürlich ist es nicht so stark wie eine normale Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, aber es knüpft schon sehr knapp dran. Wenn man jetzt in die nächsten vier Jahre hineinschaut, wie schauen die Ziele aus? Ja, ganz klar. Das große Ziel ist 2020 Tokio, Olympische Spiele. Ich will gerne mein Land tot vertreten. Wie es da ausschaut mit den Gewichtsklassen, das wissen wir noch nicht. Das Reglement ändert sich immer wieder. Aber ich werde auf jeden Fall die Gewichtsklasse anstreben, damit ich dann bei Olympia schlussendlich dabei sein kann. Den spannendsten Kampf des Abends liefern sich zwei Athleten, die international zwar noch nicht in Erscheinung getreten sind, sich jedoch als Mannschaftsringer für ihre Vereine unentbehrlich gemacht haben. Ich bin der Shamil Veitl, ich bin 18 Jahre alt. Mein größter Erfolg war, ich war Vize-Österreichischer Meister bei der Union und ringe schon seit sechs Jahren. Schamil Veitl im roten Trikot fordert den um sechs Jahre älteren Simon Lengle. Der Vorarlberger punktet immer wieder mit viel Routine. Trotz guten Aktionen und frenetischer Anfeuerung der heimischen Fans, Shamil Veitl wird diesmal nicht als Sieger von der Matte gehen. Er unterliegt Simon Lengle knapp mit 6 zu 8 Wertungspunkten, zieht aber insgesamt eine positive Bilanz aus diesem Kampf. Ja, ich war eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich war jetzt die letzten drei Wochen verletzt am Knie und das war jetzt eigentlich mein erster Kampf seit drei Wochen fast. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, es war natürlich ein harter Kampf. Er ist mir körperlich ein bisschen überlegen, ein bisschen stärker als ich. Am Schluss sind beide sicherlich, wie man gesehen hat, ein bisschen müde gewesen und ich habe dort noch die Oberhand behalten können. Da haben wir das vielleicht nicht ganz so gut an mir gelassen und haben somit am Schluss gewonnen. Gott sei Dank. Nach den Freistilkämpfen führt der KSV Götzis knapp mit 14 zu 11. Ein Vorsprung, der gleich zu Beginn der Griechisch-Rönisch-Runde wieder verloren geht. Wolfgang Nortz im roten Trikot trägt dazu einiges bei. Er besiegt im Duell der Junioren Sion Ender auf Schulter und sichert so RSC Inzing vier wichtige Mannschaftspunkte. 26 zu 24 für den RSC Inzing lautet das Punkteergebnis am Ende dieses Abends. Gewertet werden nur zwölf Kämpfe. Die zwei Duelle bis 130 Kilo sind noch nachzutragen. Daniel Gastel wird gegen Lukas Hörmann erst in einigen Tagen antreten. So bleibt im Mannschaftskampf in KSV Götzin gegen Götzi ist noch alles offen. Ich bin jetzt schon einmal froh, dass wir ohne die zwei Kämpfe schon ein paar Punkte haben. Und jetzt hoffen wir natürlich durch die zwei Kämpfe mit dem Dani, dass wir es vielleicht sogar noch ausbauen können. Matthias Kattern, zufrieden mit dem Kampf heute? Ja, teilweise. Nicht ganz. Wir haben einfach zu viele Punkte bei einzelnen Kämpfen abgegeben und auf der anderen Seite bei den Kämpfen keine Punkte geholt. Und schlussendlich geht sich das dann nicht aus und es gibt die Nachholkämpfe jetzt. Hörmann gegen Gaschl. Aufgefallen ist, dass sehr viele Kadetten und Junioren in der Aufstellung waren. Gibt es in Inzing keine älteren Ringe mehr? Ja, die Eltern, da bin ich jetzt froh, die sind jetzt schon blieben, aber ein bisschen im Hintergrund. Trainieren teilweise noch mit den Jungen und sind halt auch beim Aufbau und alles dabei ist auch sehr wichtig. Und natürlich die ganze junge Mannschaft ist natürlich fein, weil die haben wir jetzt hoffen auf Jahre und sie können sich jetzt standig besteigern. Am selben Abend besiegt der AC Wals in Vorarlberg den KSK Klaus deutlich mit 38 zu 17. Als klarer der Bellenführer scheint mit dem Titelverteidiger aus Salzburg noch vor der Rückrunde der erste Finalist festzustehen. Im unteren Playoff besiegen die Ringer der Kampfgemeinschaft Wien-Burgenland den URC Wohlfurt und sieht nun erste Anwärter auf den fünften Gesamtrang.